wir jetzt wieder da sind und wir haben ein heulenden zwei leute waren nur es ja ich war die ganze zeit mit kaffee hinter dem ersten hinterher und dann hast du den rechten jahren und dann bin ich auch auf den rechten und dann kann der typ herkam ich wollte den weg boxen egal ist jetzt ist ja eine team leistung wie gesagt da haben wir uns ja schon darüber unterhalten jetzt kommt nicht in die aufnahme ich weiß ich kommt doch auch gar nicht was gerade so hochdeutsch gerät wie der letzte sohn das dachte habe ich dann als ob jetzt noch eine begrüßung machen oder nicht ja alle meine 187 freunde da draußen doppelpiece geht raus dann euch erstmal ich bin tanze wo 2.0 wenn ich das schon höre ich wollte gerade sagen tanzverbot alter du bist so ein ekelhafter bastard also nichts gegen tanze verboten er kann gerne machen was er will aber ich bin ein ekelhafter was da so was brauche ich im klaren auf jeden fall nicht ja also leute heute rein war das letzte mal mit mir louis left zu klaren was jetzt kontaktiert von wäckle hat louis last office youtube money so beim lachen hat irgendwie meinen hat level gezwickt mir wird gerade übel schlecht kreuz in der aufnahme ich habe modul 6 das erste mithilfe gehabt sind wir allein als ob wir alleine sind ja leute wir gehen jetzt alle auf louis weil er die meisten coins hat nämlich 2300 und das sehen wir nicht ein wir waren alle ein bisschen leben endlich ist er mein erster wird direkt gefokust leute ja du fokust du bist immer der erste der sagt fokussen ja also sei mal ganz schnell still holt ihr euch goldapfel dieser pisser der mir vorhin verwehrt dass ich das hole ich habe gesagt du sollst sie nicht benutzen beim letzten fight weil wir beide nur noch ein leben hatten und das habt ihr alle immer bis jetzt gemacht und wenn ich mal wisse schluchtel hey louis ich habe keinen rückstoß du musst ching-chang-chang gegen uns alle drei machen wenn einmal verlierst gehen wir alle auf dich ich finde das fair also ich bin dabei steinschore papier wer muss noch demokratische abstimmung weil du bist dein hurensohn leute der hat sich ein lederhelm geholt der hat viel öfters verzaubert als wir du bist ein ich habe und ich habe dreimal verzaubert wie das aussieht wenn deren helm offert ja ich weiß komplett hässlich leute gönnt euch das noch mal ach guck sie an ohne ohne verzögerung gehen wir jetzt alle auf das wäre ein bisschen also ich halte mich da das nicht gemacht aber du bist gleich auch mitgegangen warum ist nicht er war direkt neben mir irgendwie war das so verlocken weg ich habe keinen rückstoß auf menschen alter ich gerade beide jeweils gefickt ich gehe nicht auf dich ich war gerade auf karte ich hätte jetzt jeder abboxen die beiden team dahinten kassi beide ziehen gegen die ist ja ein bisschen also obwohl ich bin auch der schlechteste auch noch von der küpfer eigentlich was machen wir jetzt machen wir jetzt fern ich will ja nur regen weil so irgendwann wieder kommen du hier kommt ganz nicht ja nicht laufen ich wollte mein knie stein schore papier stein schore papier stein schore papier hallo stein schore papier hier die ganze zeit schon im texting ich habe schon was eingegeben hallo ich bin jetzt doch auf mann der hat doch angefangen keff kill mich und schlag dich zusammen ich bin lass es ich habe gesagt lass eingeben kalle hatte ich fünf sechs mal geschlagen man wird davon so blöder sohn ja ich doch auch du dummer sohn ich war wieder natürlich du wettkönig hallo lass doch jetzt eingeben weil meine karte kaputt geht ja und ich will mich jetzt mit nicken alter das kannst du vergessen wo ist weil ihr euch wieder alle gekloppt habt dass ich jetzt sage okay wir machen jetzt ein ich darf das mal wieder wegen dir voll regen alter was du eigentlich willst jetzt lass doch mal eingeben hier stein schore papier man mein gott so drei zwei eins go hallo kalle ist ja stolz auf dich kalle hat bestimmt wieder einen text eingegeben hallo was da ja gut ich bin raus ah ja ok gut so gut wer kämpft gegen die us wird jetzt entschieden halt small und wie wir sonst doch ich habe schon eingegeben ne warte mal eigentlich machen wir doch wer das gleiche hat ist ein team wir haben halt das gleiche jetzt halt small und macht jetzt hey wir könnten noch ein zweier das wer große fresse kriegt kriegt gleich können wir jetzt können wir jetzt können wir jetzt können wir jetzt das zieht sich viel zu lange hin dann ist die runde wieder vorbei boah was guckst du so ich schreib mal scissors ich weiß nicht wie man scissors schreibt auf englisch aber ich nehm auf jeden fall schere jungs ich hab schon Ohre ich hab auch schon Ohre ok das ist der eindeutige Beweis wir müssen team ok halt small jetzt machts wieder 3 2 1 straffikante ja was soll das denn schön sein das ist ein steil äh äh steiß papier ey das ist doch schon wieder lächerlich wir stehen hier schon wieder 2 minuten ich darf das cutten ich darf das dann cutten das ist lustig das bleibt dritten deine mutter hallo youtube hallo youtube ja kev da bist du jetzt auch raus oder wie seh ich das naja eigentlich ja schon komm her Nick ja dann hier 2 ja danke Kalle du hast mir grad nen Hit gegeben du hast mir grad nen Hit gegeben ja gib dir erstmal noch aus den Hit mit doch Kev geh hier in den Kev rein nein da kann man sich voll kacke hitten geh weg da wenn ich dich da einmal rein wir müssen jetzt auch kämpfen oder was ja ja wir sind ja beide dran ich will ich gegen dich kämpfen oh komm jetzt hör auf rumzuholen du hattest mehr coins als ich alter ja ok dann los komm bist du sch als ob du mir grad mit dem TNT neuen Herzen abgezogen hast du bist so ein Hacker ohne Witz Galle geh weg galle wachs nicht ne komm jetzt Tima Louis weg richtige Asi Aktion du sagst du mir kein Goldapfel nehmen und kommst mit euch ja das hinten hab ich kein Goldapfel gekauft ich hab geguckt was ich damit ruhen soll wir machen jetzt über den Box springen verpitzt euch von mir man ohne Scheiß Box springen komm her faires Battle faires Battle JA ich greif noch nicht mal an alter ich krieg ein Person du sagst grad ja komm lass battle ich greif dich an du sagst was willst du ja jetzt muss ich auch mal raus was kann da hört rum ja mann ich muss ranken Warte Kev Boxer kriegen doch immer von ihrem Trainer eh ne ich scheuer dass sie wütend werden los Kev dann wütend los komm JA ist alles ok lass mich doch mal in Ruhe raten kämpfen wir jetzt wieder kev oder wie ist das Töte Kev Töte komm komm wir in mein Bus los Kev töte ja töti oh Kalle ja geil ich hab verloren alter danke löse ich nicht ein halt Kalle hau ab ich hör dich doch hinter mir lauf Kalle killst du mich bin ich wirklich angepisst jetzt ging ein von euch los jetzt hier ich hab keinen bock das jetzt ewig so hinzuziehen das dauert sonst 3 Jahre ich hatte 3 Leben alter ganz genau Kalle hinter sich reinhört warum soll ich schon wieder gegen Kalle ich hab doch schon 2 gegen mich komm gegen mich jetzt hier ich hab keinen bock jetzt so ewig langes Ei draus zu machen achso ey ich kann ihn wieder nicht richtig hitten er kriegt mich ja genau staubt mich ruhig ab er gibt ihn doch nicht mit Kalle es riecht ja kitzel und er wegt halt so jetzt nu gegen Kalle jetzt fertig aus ja ganz einfach warte muss das essen hab Angst seht da mal wieder was das für Assis sind alter ohne witz ich hab die wenigsten Ding und greif am offensivsten an so für Fairness der der verliert äh der der Louis du weißt was das heißt ohne Gangbang verpisst euch nein weh ihr alter doch Louis dein Leben ziehen wir dir jetzt noch ab echt dein Leben und weg ohne schweiß ich will in 1 na gut komm na gut dann komm ich hab keine 3 hört auf ja weg komm ich mach das alleine Dreck dir denn die Ecke los Dreck dir denn die Ecke hör auf hör auf ich mach jetzt alleine gegen ihn ich quitte ich hab die Schnauze voll nicht bei 3 Lass ihn jetzt in Ruhe ich mach das alleine und wenn ich dann tot bin könnte ihm das Leben abziehen nein na doch du hast noch 2 alter hör auf zu heulen jetzt hör auf du ist ne richtig kleine Prinzessin hör doch auf um zu heulen kämpftet sie gegeneinander wenn Louis winnt gehen wir alle drauf jetzt können wir jetzt man ey wir sind jetzt schon hier 6 Minuten das ist Urs zum Kotzen Hallo können wir jetzt kümmere dich doch jetzt nicht um die geil ey alter er gibt mir wieder auf 5 Blöcke Range Louis du bist lächerlich alter red du noch einmal über Ping ohne Witz das sag ich zu dir also auch immer ey es ist so alter du heulst rum und machst Teamrunden gegen einen aber selber nicht besser sein ich hätte ihn jetzt an eurer Stelle übrigens direkt weggeteamt gegen wen soll ich jetzt gegen uns gegen unser Team einer von euch beiden Leute ey wisst ihr das geht jetzt schon wieder so lange hier wir sind jetzt schon so lange dann mach ich jetzt zuerst gegen Kalle ja ok komm ne komm hilf mir nein hör auf Nick ich sag's dir sei fair Nick sei fair er macht doch noch gar nichts er hat dich noch nicht einmal geht er hat dich noch nicht einmal geht ja natürlich hat er mich von hinten gehtet du Hugensohn mich haben sie vorhin mich mich haben sie vorhin auch weggeteamt ey was ja vorhin von 5 Runden alter ja komm Leute die Runde ist so lame alter hör auf Nick ey ne komm ich fick dich grad Nick du bist der letzte Hurensohn ja aber du vorhin weißt du mach den Fight noch zu Ende Louis kriegt dich sowieso wieder ein Leute da braucht man nicht rumheulen also jetzt unsere FINS FINS Louis ist ne kleine Prinzessin ja Leute in dem Sinne wollte ich sagen wir sehen uns beim nächsten Mal wir sehen uns beim nächsten Mal haut da rein der Louis kriegt sich sowieso wieder ein und shit Digger der wird uns jetzt wieder erstmal ewig lassen weißt du wir wann uns noch mehr